Hallo zusammen, ich bin euer Vlogbave. Im heutigen Vlog zeige ich euch ein paar Eindrücke unseres Ausflugs in den Moviepark. Dort war ich am 13. Mai zusammen mit meinem Kumpel Vuko unterwegs. Der Moviepark liegt in Bottrop-Kirchhellen in Nordrhein-Westfalen. Ich war dort schon öfter, aber mein letzter Besuch ist schon einige Jahre her. Dort gibt es verschiedene Fahrgeschäfte, Attraktionen und Studios. Jeder Bereich behandelt ein anderes Thema und es gibt natürlich viele Bezüge zu bekannten Filmen. An diesem Tag fand dort auch eine YouTuber-Veranstaltung statt, der XXL-Tuber-Day. Aber davon haben wir eigentlich nicht viel mitbekommen. Wie dem auch sei, ich war seit der Hinfahrt schon etwas aufgeregt, weil ich mir vorgenommen hatte, an diesem Tag zum ersten Mal mit einer richtigen Achterbahn zu fahren. Ich habe etwas Höhenangst und war daher auf das Erlebnis sehr gespannt. Leider konnte ich in der Achterbahn selbst nicht filmen, aber dieses Foto wurde während unserer Fahrt gemacht. Das Foto ist echt richtig geil geworden. Das müsste ich mir eigentlich einrahmen und an die Wand hängen. Das ist echt geil geworden. In diesen Freefall Tower werde ich allerdings nie im Leben reingehen. Das kann ich euch versprechen. Selbst Vugo, der ziemlich hartgesotten ist, wollte dort nicht rein. Hier haben wir eine Zeitmaschine betreten und sind durch verschiedene Zeitalter gereist. Die erzeugte Hitze wird durch einen perfektsygetischen Visital geschlossen, den ich in den Tiefen dieser Höhe gefunden habe. Die dabei entstehenden konzentrischen Wellen erzeugen Wurrenlöcher in der Zeit und das Resultieren der Energiewende erzeugt die Betrachtgabe, die Geschwindigkeit zu erreichen, mit der er sich rein durch die Tunnel bewegen kann. Alles klar? Das ist ein sehr guter und sehr schwerfälliger Pflanzenfässer. Ich hoffe, ich bin es selbst. Ein wunderschöner Kanu ist durchgekommen. Und ein kündiger Karchiärurgodon. Mir hat vor allem auch die Wasserbahn Spaß gemacht. Vuko hat sich sogar vorgedrängelt, um nicht vorne sitzen zu müssen. Tja, das hat ihm leider nicht sehr geholfen, da wir beide trotzdem sehr nass wurden. Dieses Foto wurde am Ende der letzten Kurve geschossen. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich mich getraut habe, mit dieser, wenn auch ziemlich kleinen Achterbahn zu fahren. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Mögt ihr Freizeitparks? Und traut ihr euch, mit einer Achterbahn zu fahren? Erzählt mir gerne von euren Erlebnissen in Freizeitparks unten in den Kommentaren. Danke fürs Zusehen, ich bin euer Vlog Dave, tschüss und bis zum nächsten Mal.